So bin ich live. Jetzt, jetzt bin ich live. Sorry, wenn ich schon vorher live gewesen bin, aber das kann ich immer nicht sehen. Jetzt halt kann ich das nur sehen, weil dort steht, beendet es live. Also, diese Geschichte ist angefangen in meinem Leben in 2006. Ich war auf einer Geschäftspreise in Moskau und ich hatte ziemlich viel zu tun in diesen Tagen, aber abends hatte ich immer Zeit. Und ich habe im Hotelzimmer angefangen zu schreiben, ich hatte meinen Laptop mit mir, da war nie was im Fernsehen. Und ich fing an Bliss After Life in Englisch und das wurde in Deutsch, wer es glaubt, wird selig. Bliss starb mit 95 nach ihrer großen Geburtstagsparty. Das ist aber jetzt schon über zwei Jahre her. Und wir sind hier im Heim, im Zufluchtsort, in der Herberge, die Susanne, oder Susan, sage ich eigentlich, leitet. Ich komme jetzt mal mit dem Namen ein bisschen durcheinander, weil Susan in Deutsch würde Susanne sein, aber immerhin benutzt ja eigentlich die Aussprache der Namen, wie sie sind, also Susan. So, dieses Chapter ist 24 und es ist Chris, das ist Hollys Ehemann, und Susan, seine Schwiegerin, die sind am Aufräumen. Chris hatte alle Papierkram fertig gemacht mit der Polizei und setzte sich hin mit Susan und begann, das Abendbrot vorzubereiten. Heute Abend wird ein Familienessen gemacht, oder sagen wir mal, von der Gewählten, der Wahlfamilie, mit allen Einsässigen oder alle, die in der Herberge im Moment sind. Und irgendwie wissen sie, dass es ein trauriges Essen werden wird, weil Nathalie nicht mehr da ist. Die haben sich alle ein bisschen Sorgen gemacht. Sogar die Kinder hatten versucht, sie aufzureitern. Im Generellen war die Atmosphäre hier immer sehr schön. Die Mütter, die sich entschlossen hatte, ihr Leben in ihre eigenen Hände zu nehmen und in der Refuge oder in der Herberge war, um sich selbst zu finden. Und viele Unterhaltungen standen fest in diesem Haus, in dem sich die Mütter oftmals selbst halfen. Keiner, die dort war, hatte ein einfaches Leben. In vielen Fällen war deren Familiengeschichte ähnlich. Verbrochener zu Hause ist, zu Hause oft eine frühe Schwangerschaft und dann manchmal verheiratet oder zusammensinnend mit einem Mann, der sehr wenig emotionelle Intelligenz hat. Oft kamen die Männer selber von verbrochenen Häusen oder kaputten Häusen und hatten keine Ahnung, wie man harmonisch leben kann. Oft war es der Drink, also der Alkohol, der sie gewaltsam gemacht hat. Der Drink, der helfen soll, deren miserables Gefühl zu verscheuchen, aber es bringt oftmals mehr Probleme für alle anderen. Oft, wenn die Frauen, die hier ankamen, manchmal mit einem blauen Auge oder schlimmer, fanden, wenn sie die Entscheidung fanden, das Zuhause zu verlassen mit ihren Kindern, finden sie in diesem Haus große Kameradschaft. Oft passierte es, dass zwei oder drei Frauen sich entscheiden, ihre Kinder alle zusammen zu nehmen und eine große Wohnung zu mieten. Dort konnten sie einfacher hintereinander helfen und Susanne war sehr gut in diesen Dingen, das zu organisieren, weil sie war sehr gut bekannt zu den lokalen Agenturen, die Wohnungen vermieten und die Housing Associations. Sie hatte sehr gute Kontakte über die Jahre geknüpft. Er lächelte sich selbst, er lächelte, Chris lächelte zu sich selbst. Beide Schwestern, Holly, seine Frau und Susan, waren sehr entschlossene und selbstständige Frauen. Bliss, deren Mutter, war immer eine energische Frau gewesen, die ihnen von Anfang an beigebracht hat, dass sie versuchen sollen, sich selbst zu helfen, soweit wie sie können. Sie hat ihnen auch von Anfang an gelehrt, dass ohne Verständnis und Fürsorge wird das Leben ein Kampf werden. Und Bliss war immer der Meinung, dass man das Leben so positiv wie möglich ansehen sollte. Sie hat einen guten Job gemacht, dachte Chris. Er hatte gerade erkannt, wie sehr er seine Schwiegermutter eigentlich vermisste. Das war ein Witz in sich selbst, weil oft Witze gemacht werden über die Schwiegermutter und wie oft schwierig diese Beziehungen sind. Und er sagte, er musste denken, dass manchmal konnte Bliss etwas schwierig sein. Sie war total ungeduldig und oftmals zu pushy. Aber sie war immer schnell dabei, sich zu entschuldigen. Und es war schwer, mit ihr über lange Zeit böse zu sein. Er hatte plötzlich festgestellt, dass er hier in Gedanken die ganzen fünf Pfund Kartoffeln geschält hat. Ach, sagte er, das macht nichts. Die Kinder können nie genug Mashed Potatoes, also Mousse-Kartoffeln, bekommen. Susanne nahm die große Kasserole aus dem Ofen. Noch circa 30 Minuten und dann sind wir fertig. Lass man die Kartoffeln erstmal kochen. Und wir fragen die Kinder, dass sie den Tisch legen sollen. Warum siehst du so happy aus, Chris? Er sagte, ich dachte gerade an Bliss. Ich frage mich, ob sie Nathalie begegnen würde. Das ist doch ein guter Gedanke, oder nicht? Susanne sagte, ja, lass uns das mal heute Abend besprechen. Das sagen wir. Die Kinder kannten, einige von den Kindern kannten Bliss und die Mütter hatten sie auch zeitweilig gesehen. Die lieben diese Idee. So, lass uns kommen und das Fertigmachen hier. Ich vermisse meine Mutter sehr. Ich habe erst immer genossen, mit ihr über das Leben und den Tod zu sprechen. Ich vermisse ihre alten, weisen Worte und ich vermisse ihr Lachen. Naja, jedenfalls, Chris, komm, lass uns weitermachen. Glaubst du, Holly kommt heute Abend? Hast du ihr über Nathalie erzählt? Ja, ich habe ihr getextet und sie hat gesagt, dass sie bestimmt versucht, früher fertig zu werden und sie will hierher kommen, zum Essen. Ich hatte ihr von Nathalie erzählt und ich glaube, sie würde gerne hier sein. Oh, das ist toll. Ich freue mich auf sie. Ich habe sie über eine Woche nicht gesehen. Lass uns mal sehen, wo jeder ist hier. Und lass allen sagen, wir essen so um acht. Hey, ich höre die Tür. Holly. Ja. Hallo, Susan, hallo, mein lieber Mann. Holly, das ist toll, dass du hier bist. Sie machten weiter, das Essen fertig zu bekommen. Kapitel 25 Das große Familienessen Holly freute sich, dass sie es so rechtzeitig hierher geschafft hat. Sie unarmten sich. Selbstmord, ha? Die arme Nathalie. Sie hätte nicht in einem besseren Platz als hierher gelangen können. Holly goss sich eine Tasse Kaffee ein und setzte sich. Ja, sagte Susanne. Ich glaube, sie hätte vielleicht ein bisschen mehr probieren können. Aber sie war so traurig und diese dunkle Wolke ging um ihren Schultern. Ich glaube, sie war absolut entschlossen. Ja, ich gebe das auch zu. Wir können versuchen, viele Dinge zu finden, wie wir sie vielleicht hätten verhindern können. Aber das ist nicht, was sie gewollt hatte. Und lass uns hier nicht überdressiert werden. Susanne ging in den Flur, um die anderen zu rufen, dass das Essen fertig wäre. Lass uns dieses Dinner als Remembrance, als Erinnerung für sie machen, sagte Chris. Er hatte immer einen guten Sinn von Gelegenheiten oder Occasions. Rosi kam die Treppe runter mit Oliver auf ihrem Arm und die anderen vier Kinder hinter ihr. Mark und Philipp springen beide die Treppe runter und stritten sich, wie immer. Mark hat sich total erholt von seinem Kopf, von seinem Unfall mit seinem Kopf. Und Rosi hatte eine ganze Familienbadroutine gemacht, wo jeder von ihrer Familie geschrubbt wird. Alle haben sie geschrien, aber sie wussten alle, dass die Kinder das alles liebten. Die Badewanne war groß genug. Isabelle kam auf die Treppe runter mit Alice, Mark und Geraldine. Sinead und ihre drei Kinder kamen hinterher. Und dann kam Dilly mit ihrem Sohn Winston. Sophia und ihr Sohn waren aus. Sie versuchten, sie guckten sich einen Platz an, äh, eine neue Wohnung an, weil Sophie hatte einen guten Job gefunden. Gott sei Dank war der Tisch riesengroß. Neun, zehn konnten dran an diesem Tisch sitzen. Aber wenn sie alle zusammenrückten. Es gab ein großartiges Gefühl der Zusammenhalt. Und jeder fing sofort an, sich seine Teller zu füllen mit den Mashed Potatoes und dem Gemüse, was auf den verschiedenen Tellern war, in der Mitte. Chris guckte sich herum und sagte, können wir einen Gedanken an Nathalie geben, bitte? Alle nickten sie und sie saßen und guckten sich aneinander an. Where'd she go? Where is she hingegangen? Oliver sah Rosie, seine Mutter, an. Er kannte Nathalie. Sie hat ihn oft auf den Schoß genommen. Er war der Jüngste in dem Haus mit drei. Er ist immer gleich zu ihr gelaufen, sobald sie ins Zimmer kam. Und es war nicht eine Überraschung, dass er sie vermissen würde. Sie ist in den Himmel gegangen, sagte Susan. Sie hat dort an Nani Bliss getroffen. Und die haben eine wunderbare Zeit. Warum ist sie gegangen? Oliver sah sich um. Alle hatten ein großes Gefühl des Verlusts. Das wissen wir nicht richtig, Darling. Holly streichelte sein Haar. Sie saß nächst zu ihm. Und das machte sie traurig, zu wissen, wie vermisst. Und dass sie sich entschlossen hat, aus dem Leben auszusteigen. Alles, was wir wissen, Oliver, ist, dass es ihr sehr, sehr gut geht. Und sie ist in einem happy place. Like the new forest, wie der new forest, fragte Oliver. Er hatte ein langes, unvergessliches Wochenende im new forest verbracht, vor nicht langer Zeit. Und die ganze Erfahrung repräsentierte Himmel für ihn. Ja, wie im new forest, sagte seine Mutter. Und alle lachten. Das erleichterte die Atmosphäre. Und alle fingen an zu essen. Und sprachen zur gleichen Zeit. Hat irgendeiner von Sophia gehört? Hat sie etwas gefunden? Wohnungsmäßig, meine ich. Chris, sah Susan an. Ja, ich glaube, sie hat eine Wohnung gefunden. Nicht so furchtbar weit von hier. Sie hatte erwähnt, dass dort auch genug Platz ist. Für Dilly und Winston. Wenn sie die Wohnung teilen wollen. Hast du mit ihr gesprochen, Dilly? Ja, sie hörte sich so aufgeregt an. Ich gehe mit ihr morgen und sehe sie mir an. Das wäre so schön, wenn wir diesen Platz uns teilen können. Es würde unser Leben so viel einfacher machen, wenn wir uns die Mieterin teilen können. Und auch auf die Kinder aufzupassen. Sie sah Winston an. Er versuchte ganz cool darüber zu sein. Aber sie konnte sehen, er würde nichts besser gefallen, als einen permanenten Freund um sich herum zu haben. Jeder hoffte, dass es so passieren würde. Und fangen an zu essen und zu lachen. So, das ist Kapitel 25 gewesen. Und jetzt kommt Kapitel 26, wenn ich Zeit habe. Heute ist Sonntag und ich habe gestern keine Zeit gehabt. I hope you have a lovely Sunday. Ich wünsche einen guten Sonntag. Bye. Ich weiß nicht, warum das immer so lange dauert. Wenn ich drücke End live video. Ich habe es schon richtig ansiedelt. Ich gehe jetzt so lange nach der Wachstuchte. Und ich gehe jetzt an, dass ich mir heute wieder vorwärter. Und ich gehe jetzt nach. Okay. Okay. Ich gehe jetzt an, ich gehe jetzt mal um, kurz in mich wieder. Also, ich gehe jetzt mal aus. Ich gehe jetzt in die Après. Ich gehe jetzt mal in die drge. Und ich gehe das belle Musik, Untertitelung des ZDF, 2020